Er ist so flexartig Was tut das, Digga? Um dich zu trollen Hier ist eh niemand gelandet Oh, ein Skar Ja, ein Skar Nehmt er sich die Tür direkt Ne, Schwach Guck mal, wir haben Marathon hinlegen Ja Oh nice Ah, Sniper Blower Ich tausche Sniper gegen Skar Ja? Ja That's right Hast du hier eine blaue Pistole liegen? Ah Ich hab noch keine Ahnung von dem Spiel Ich glaub du musst mir das noch mehr erklären Hast du vielleicht einen zweiten Shotgun gefunden? Naja, ich hab nur eine Ich bin auf dem Dach Ja, du bist auf dem Dach Ich bin jetzt unten hier Ja Komm hier, lass mal hin Dankeschön, hast du noch Muni dafür? Äh Äh Ist glaub ich nur ein Trank für dich da unten Hier diese Automaten, ne Es gibt ja diese Automaten jetzt Die geben ja auch schon einen komischen Ton von sich Wie sind die? Random Wie die Piñatas, glaub ich Sind die verteilt Beim gleichen Ort, sonst hätten wir eben auch einen entdecken müssen Ja, die wollte ich haben, Mann Was? Oh Aus dem Prison kam das Ein John Wick Ein John Wick Hinter dem Baum zwischen Süden und Südosten Äh Westen Also dem dünnen? Dem dicken Hier, da hab ich drauf schieße Weg hier vorne, ne? Er rennt Richtung Prison jetzt weiter Was macht der Typ? Weiß ey, die macht ja gar kein Damage What the fuck, er hat 2345 Damage Ja, lass den da im Prison Dankeschön Die machen, je weiter die Gegner entfernt sind, desto weniger Schaden machen die Waffen So realistisch Das ist eigentlich ganz gut so, da wird man nicht von irgendwo Von Ululu Der South Rifle Fickt Oh, der Drop ist da direkt bei uns Oh ja Da sind auch welche in Retard So, muss gelaufen Dauert einer, bist du das? Nee Nee Nice Gott, da haben die sich überschwitzt War eigentlich voll dumm, weil die genau vor unserer Fresse hoch gekommen sind Das war mega dumm Hast du Shotgun-Money noch für mich? Kann mal stehen, ja Da kommen welche aus dem Prison Eines der John Wick Ich kann mal raus und jetzt Jo, hau rein Jo, bis dann Hallo Schön mit dir gespielt zu haben Die laufen mit Bridge of Peace Ist noch Shotgun-Money für mich? Das ist Sniper-Money Das ist Sniper-Money Ach fuck Äh Das war sicher Hallo Hallo Da hinter dem Hast du sie gesehen? Die sind gespielt Nee, die sind gespielt Bridge of Peace Und dann hab ich der Muni gegeben Ach, da sind sie noch Auf unserer Seite der Bridge Hat den John Wick gegeben Das ist ein Noobs Der John Wick liegt Geht, die haben uns Audien, die kann gar nix Oh man In dem Wald Da kann's nicht rein Ja Okay, jetzt wollte ich auch scharf schützen, Muni Hast du davon noch was? Ja Ach, ein blauer R4 Newig Nice, danke So, was machen wir denn jetzt? Mal sagen die Zone, oder? Ja Ja Dürfen wir latschen Awesome R4 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 L4 R4 R4 R5 R6 R4 R5 Das Bier beruhigt irgendwie voll. Ja, so ein Scheiß. Dass... ...mein Gemüt stillt und ich so irgendwie langsamer werde. Ja. Vor uns, schießt einer. Und so, Mateo, da können wir schön vom Hügel runter snipen. Wie monier hast du für die Sniper? 13. Warte mal, warte mal, warte mal da. Lass mal kämpfen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich trotzdem Schusshilfe bälle. Ja nicht. Fängt gut da unten. Ja. Ja, ich hab den gena... äh, ne. Damage gemacht. Der ist spannend. Oh, ey, 150 Damage, what the fuck. Beide getroffen. Er hat einen Raketenwerfer, ne? Ich bin nicht so scharf, in Nahkampf zu gehen. Dann... Nur so von oben. Die heilen sich bestimmt hoch. Aber ich hätte gar... äh, Sprengstoffe nützlich. Da hinten waren, ne? Ach, scheiße. Da hinten waren wir. Da hinten waren wir. Da hinten waren wir. Was ist denn für Profi-Bauer, ey? Das sind Freaks, ne? Boah, Digga ganz knapp verfehlt. Warte, 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 warte. Lockere. Ich hab noch ein Medi-Kit und ein Trank. Und wir müssen laufen. Ich laufe. Scheiße. Wir kämpfen mit den anderen oder schießen die um? Ja, die kämpfen mit dem anderen. Das war der Dropdown. Hier hast du übrigens Medi-Kit und... in der Bank. So. Ja. Warte, ich nehm jetzt für die Endgame die Bandart. Ach ne, die kämpfen da unten. Ich nehm lieber die Bandart, das Endgame, oder? Einen hab ich genockt. Die Leben hat dieser scheiß Griechen, ne? Wir haben nicht Flachs. Lass die stürmen, einer von denen liegt. Aber wir finden es noch welche. Die beschießen dich? Ja, ich weiß. Hab doch nichts getroffen. Ich hab den getroffen. Nice. Ich hab den hier. Die Zone kommt in 22 Sekunden. Oh, die Zone kommt in 22 Sekunden. Oh, das ist nah, ne? Lass mal laufen. Können die hier ambushen, eventuell? Ach, die bauen sich bestimmt da oben drüber. Würden gute leute tun. Leider nur außerhalb der zone. Ja, die müssen ihr Nest verlassen. Ja, trotzdem nicht wohl. Die gehen wahrscheinlich hier links, also von uns rechts in Norden. Ja. Dann wieder auf den Hügel vor uns. Das ist ein Sniper-Tower-Tower. Das war im Schatten von dem Hügel im Nordwesten, versuchen die dahinter uns zu töten. Oh, die sind direkt vor mir. Ah, ich bin eingebaut. Er liegt. Wo ist der Spocken? Der andere. Ja. Keine Ahnung. Achso, Raketen? Da kommt er. Ich hab ihn. What the fuck war das denn für ein Typ? Hier sind 27 Raketen. Was denn? Das sind noch mehr Raketen. Da sind welche im Nordwesten. Nordwesten. Siehst du da die beiden Astronauten? Ach, die bauen sich da weiter. Da sind sie im Norden. Wo wollen die denn hin? Da sind sie jetzt. Ach, die in die Zone. Die wussten. Oh, was ist denn hier schönes? Einfach schon wo die Zone hinkommt. Die schießen mit einer Lenkrakete auf uns. Das ist natürlich scheiße. Lass mal zu denen gehen. Ja. Die werden gestürmt. Können wir wunderbar mitmischen. Der einen liegt schon von denen. Ich hab einen von den anderen gemacht. Auf dem Dach. Ich hab sie alle. Alter. Ich hab das von dir. Ja. Schon wieder zu schnell. Da ist auch ein Raketenwerfer. Ach krass. Aber auch nur in blau. Egal. Hier liegen auch noch Raketen. Wo denn? Da drunter. Wer sind das? Drei. Aber ich nehm lieber den Nuke-Tuber hier. Ja. Ist besser um die Türme zu knacken. Ja, aber du brauchst ja... Noch ein Gegner. Ein einzelner. Ist das da oben? Ne, das unten. Ja. Der ist vor uns im Osten in diesem kleinen Tower. Oh mir ist der Dreck. Scheiße. Leute. Hat der mir direkt nen Headshot gegeben. Nice. So.